Bitte, ich will leben! Tu es nicht! Ich habe drei Kinder! Auch nicht! Ach, was ist denn jetzt hier? Puh! Kriege ich denn das jetzt hin? Ist doch scheiße! Komm schon, Mann! Es ist Weihnachten! Mehrfach! Nee, Rauchbombe! Bitte! Ich will! Schallbatterin! Oh, ich fernlenke gerade! Das wäre der Plan! Klappt aber bei dem nicht! Okay, wieder ducken! Der Unterbrecher, das wäre die Möglichkeit! Also, wie komme ich jetzt an den ran? Ganz vorsichtig! Wir wollen doch nicht, dass noch was passiert ist! Komm schon, Mann, in den Weihnachten! Ich war schlussisch! Na, endlich! Ich dachte, das funktioniert nicht! Huh! Huh! Von Angesicht zu Angesicht! Endlich! Obwohl ich sagen muss, dass ich dich mir furchteinglössender vorgestellt habe! Naja! Du bist Gotham lange genug terrorisiert! Wenn das Schicksal heute meinem Leben vorsieht, dann soll es so sein! Aber mach es bitte kurz! So, anscheinend nicht! Deadshot gesucht! Abgeschlossen! Nice! Gibt es noch irgendwas? Nö! Ausgang ist hinter mir! So, Charakter zu realisieren! Deadshot! Hier hat der Fernkampf ausschalten! Fippen! Komm, das war so ziemlich das coolste, was mir gerade je passiert ist hier! Und was ist die? Nein, Schweine! Schweine, 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 Schweine! Also, ich muss sagen, die Fernlenk-Kralle ist das beste Spielzeug in seinem ganzen Inventar! Nichts ist cooler als sowas! Ähm... So, na dann... Den haben wir auch abgeschlossen... Black Mask müssen wir noch... So, kriegt man aber auch noch irgendwie hin! So, Shiva... Sollte auch funktionieren! Jetzt kümmern wir uns drum! So gut, Aldi, Schiwi! Schiwi! Na komm! Ich bin einfach nur zur Shiva! Nein, kein Gleittritt jetzt! Wheeeee! Ja, das ist Batman, der gerade über euch drüber fliegt! Ich lasse euch noch in Ruhe, weil ihr mich noch nicht angegriffen habt! Nanananananananananana! Das ging mal äußerst schnell! Stufenaufstieg! Cool! Sooo, was haben wir denn mal? Da sind wir noch nicht weit genug gekommen! Wappala! Nanananananananana! Hier, Ferngreilenspulengeschosse! Ja, Alter! Und was haben wir hier? Erhebt die Anzahl deiner schweren Spulengeschosse um eins! Okay! Ja, das macht nämlich ziemlich Laune! So, erweitert das Gehäuse! Mein werteres Spulengeschoss auszurüsten mit dem schweren Spulengeschoss können Gegner für ein Ausschaltmanöver an Aussichtspunkten hochgezogen werden! Okay! So, verbessere den Unterbrecher, um die Lautsprecheranlage in der Jägerbegegnung in der Konstellation zu drücken! Naja! Ist klar! So! Mhm! So! Schien! Muss ja... Irgendwo da drin sein! Na dann! Zeit für nen Fight! Reimt sich sogar, deshalb ist jetzt Fight Time! Eine halbe Stunde haben wir jetzt gebraucht für Deadshot, ey! Alter! Das ist anstrengend! So! Shivi! Wo bist denn du? Jetzt sind hier vielleicht noch irgendwo was Riddler-mäßiges! Ja, hier ist was Riddler-mäßiges! Sieht aus wie ein Knopf! Und das hatte ich schon! Von daher nichts mehr mit Riddler! Der Riddler! Komme ich jetzt hier rein? Nein! Eine Frage schon mal weniger, die ich mir zu stellen vermag! Na 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 na! So! Gefahr! Keine Gefahr gebannt! Ich hab schon was von Fliegen gehört! Und schon wieder. Es geht immer nach hinten los. Ich weiß das. 61 Meter. Ach komm. So. Komm schon. Ach komm. Ist doch behindert. So. Drei. Uh mein. Ja. So. Ja wenigstens einer weg. So. Hoppala. Ausnahmen. Den einen. Oh komm. So. Drei. Ausknocken. Hopp. So. Na komm schon. Oh das ist schon. Okay. Come over here. Hopp. So. Immer schön fix mit dem Game. Oh fuck. Rede mit dem Kriminellen. Nicht cool. Oh blöden Pisser und ihre Scheiß. Oh man. So komm. Wieso hat denn das jetzt nicht funktioniert? Oh. Manche haben hier irgendwelche Messer im Rücken. Blöden Schweine. Ducken. So. Jetzt aber. Eine weniger. Digga. So. So. Ach nein. So. Drei. Hopp. Oh dieses Messerkonten ist einfach nur asozial schlimm. So. Zwei weg. Okay. Und die letzte. Das war also sehr schwierig. Ich muss jetzt da irgendwie rein. Ich könnte jetzt vielleicht mit doppelt Nacht. Ne. Funktioniert nicht so schnell. Leider. Treffen mit Shiva. Dann treffen wir uns mal mit Shiva. Der indischen Todesgaden oder irgend so was. Oder was nennt. Irgendeine. Außen. Süd. Osten. So. Warum bist du hier? Hast du nicht eine Stadt zu retten? Wir haben einen Mann umgebracht. Ja. Eine Lektion, die du nicht verstanden hast. Und es werden noch viele sterben, wenn du es nicht endlich tust. Dann müssen sie sich für jeden davon verantworten. Ich bin unter deiner Leidenschaft. Aber deine Motivation ist fraglich. Jetzt. Lass uns kämpfen. Oh nein. Whoa. Yeah. Ja. Hoppala. So. So. Drei. Hopp. So. So. Na komm schon. Jetzt kann ich endlich wieder kontern. Sehr gut. Hoppala. Hoppala. Kontern. Hoppala. Bitch is tripping. Whoa. Hoppala. Zack, 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 zack. So. Drei. Whoa. Hoppala. Hoppala. Und kontern. Ey, ich wollte ja eigentlich kontern. Na komm. So. Hoppala. Wow. Sehr schön. Hoffentlich kommen nicht noch mehr von denen. Hoppala. 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 Wow. Kontern. Nicht. Nicht noch. Oh Gott. Schwere. Schwere Ninjas. Es reicht doch. So. So. Zwei. Drei. Hoppala. Das ist, ich hasse Klingenducken. Es ist übelst behindert. So. Den Ducken. Doch, Mann. Ach, komm schon. So. Drei. Okay, der ist aus. Drei. Vier. Hoppala. Warum sind wir kaputt hier, die Gute? Wow, scheiße. Oh, Leertaste. Was für Tasten müssen denn überhaupt noch alle gemacht werden hier? Ja, genau. Auf einmal genug. Geschickt. Ehrenhaft. Hingebungsvoll. Ich verstehe, warum der Meister dich ausgewählt hat. Es scheint, als hätten wir heute beide etwas gelernt. Sie und ihr Meister interessieren mich nicht. Ich übergebe sie der Polizei. Nein, das wirst du nicht. Aber du hast eine Gnadenfrist verdient. Ich hoffe, du erkennst noch, wie falsch du mit Gotham leagst. Wahrscheinlich rase Alkohol. Es soll nicht gerettet werden. Es kann nicht gerettet werden. Nur gereinigt. Und aus der Asche neu geboren. Ja, ja, ja. Und sie ist weg. Toller Ninja Trick. Ich schiebe Ihnen zwei Koordinaten. Einen für eine Leiche, der andere ist für einen Überlebenden. Übermittele Sie der Polizei. Ja, Sir. Sollen wir den Fall folglich als geschlossen betrachten? Ja. Ja. Erstmal. Die sehen wir noch. So, Shiva noch aktiv. Da, da, da. Charakter Profil anzeigen. Besiegt. Okay. Auch nicht gekillt. Vier. Karte nicht verfügbar. Wir würden sagen, what? Charakter Trophäe freigeschaltet. Shiva. Toll. Einen Charakter freigeschaltet in den Wurftor. Du hast eine Wayne Tech Verbesserung freigeschaltet. Das heißt, ich kann wo mir irgendwann mal mit Shiva aktiv oder was. Kommt wo mir die Plikato Beherrschung. Oh, ist gut. Na, mal gucken, was denn das für eine Verbesserung überhaupt mit sich führt. Mit zu springen. Sheldon Park. Gut. Dann hätten wir das. 36 vor allen Dingen schon für den Riddler. Toll. Gut. Und zwei Unbekannte. Die sehen wir noch. Und einmal den Riddler. Welche von denen gehören denn mal noch dazu? Dieser komische Electrocutioner könnte vielleicht noch mit dazu gehören. Der wird aber wahrscheinlich einfach nur so ein Minimalgegner sein. Irgendwo ist doch hier Preflow, Power, Ausrüstung. Nein. Greifhaken, Beständigungsausschalten. Nein. Bad Claw entwaffnen. Durch verbesserte Präzisionszielerfassung kann die Bad Claw verwendet werden, um Gegner mit Schusswaffen zu entwaffnen. Na, endlich. Und das hier. Kritische Treffer. Ein Schlag der doppelten Schaden und doppelte Combo-Punkte verursacht, wenn du ihn beherrschst. Stellt er ein vernichtende Nahkampfangriff dar? So, jetzt die Frage. Wie funktioniert der? Ne kritische, da, 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 erhöhe die Comboanzahl, da, 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 da. So, wie soll das funktionieren? Okay, also ich muss da einfach nur hämmern. Wie ist viel, so wie sonst auch. Und dann brauch ich noch zum Abwärtsen. Nicht mehr viel, wunderbar. Also dann, gehen wir jetzt mal den Koordinaten nach. Also es scheint im Süden der Karte zu sein. Ja, ich komme der Sache immer näher. Okay. Oh, kacke. So. Ja, nicht landen. Ja, nicht landen. 600. Super. Zu meiner rechten oder linken kann man ja hier nicht sagen. Man kann nur sagen, ich nähere mich dem Scheiß. Oh, na cool. Und nach unten mit dir, Batman. So. 500. Jetzt nur noch die guten 400. Mhm. New Gotham. Das hier hinten war wohl das Old Gotham. Whee. Von Punkt zu Punkt. Was ist denn das bitte? Okay, das will ich jetzt wirklich mal wissen, was das ist. Und zwar von Punkt zu Punkt. Gleite über die Paranus Bridge ohne den Boden zu berühren. Geil. Das fetzt. Wer wohl das nächstes verletzt ist. 200. 260. Okay, wenn ich jetzt hier nach rechts nehme, geht es wenig. Und jetzt nach links. Dann noch ein bisschen. Wow. Hoppala. Okay. Und da haben wir es doch. No, 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 no. Ich bin Batman. So. Sieben. Okay. Und wie erwartet funktioniert das gute schon wieder nicht mit diesem blöden Schaltteilen. Ach, komm, hier. Oh, da hinten ist noch einer. So, hätten wir beinahe... Ich hab einen gewohnt. Ja, du bist hier alleine. Ist dir das denn schon mal bewusst? Geh doch mal näher ran an den. Ich bin Batman! Oh, bam. So. Hat sich das erledigt. Jetzt ist aber die Frage, wie das funktionieren soll. Okay. Nehmen wir hier noch ein bisschen was hin. So, da vielleicht noch ein bisschen was. Gut, müsste ja funktionieren, so wie ich mir das vorstelle. So. Oh, es ist offen. Gut, das ging jetzt schneller als gedacht. So. Wo ist jetzt dieser blöde Eingang? Dieses Hotel. Hotel, 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 Hotel. Eingang, Eingang, Eingang. So. Jetzt in die Richtung gehen. Komm, halt 90. Ganz gut. Der Joker hat das gesamte Royal angemietet. Aber wieso sorgt das SWAT für die Sicherheit? Ich muss herausfinden, was wir jetzt wissen. So. Was haben wir denn hier? Wieder mal so ein blöder Unterbrecher. Die kotzen mich so derbe an. Geht ja mal gar nicht klar. So. Dann haben wir noch hier eine 0. Könnt aber wahrscheinlich einfach nur... Das ging einfach. So. Hätten wir auch diesen blöden Öffner. Gut. Was haben wir denn da? Da können wir ein Eingang sein. Also wo finden wir denn hier oben mal einen Eingang? Ich bin doch Batman. Ich gehe immer vom Dach aus in die ganzen Gebäude. So. Oh oh. Moment. So. Oh. Oh. Und alle. So. Drei. Vier. Ausweichen. Fünf. Vier. Oh. Das ist der falsche... So. Drei. Hopp. Na komm schon. So. Die dürfen auf keinen Fall die Schilde wieder mitnehmen. So. Drei. Vier. Vier. Sechs. Und jetzt die drei noch. Hoppala. Gut. Hätte sich das schon mal geklärt. Eingang. Wo ist der Eingang? Ah, da haben wir auch noch was? Eingang, Eingang, Eingang. Wo bist du denn? Kannst doch nicht hier irgendwo rumhängen. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Oh scheiße. Alle überwaffnet. Das wird so asozial. Das wird so asozial. Okay. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich ein bisschen anderweitig Spaß haben müssen. Wow. Ich kann mir mal erkennen, wieso das nicht funktioniert. So, gut. Der hat mich schon mal nicht gewöhnt. Dann. Jetzt 31 in die Richtung. Oh, zum Glück nur die. Ja, die sind sogar die roten. Das ist gut. Gegen die kämpfe ich doch gern. So. Nee, nicht herunterklettern. Wir wollen hochklettern. Oh, doch. So. Drei. Oh, scheiße. So, drei. Nein. Oh, blöden Schweine. Zwo, drei. Vier. Ja, komm schon. Wieder mal kaputt. Wow. Und. So. Oh Gott. Gleich ballert einer. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Einer weniger. Hoppala. Komm schon. Auslocken. Einer weniger. So. Hoppala. Na, komm schon. So. Drei. Vier. Oh, oh. Wow. Super, dass das mal wieder funktioniert hat. Okay. Und mal wieder wunderbar beendet. Wenn ich jetzt noch einen Weg hier in dieses blöde Hotel da finde. Das gibt's da nicht. Gibt's da einen bestimmten Weg. Ich finde ihn nur bis jetzt noch nicht. Dann vielleicht von hier vorn. Oder ein bisschen mittig. Na, vielleicht doch dann. Da ist da ein großer Eingang. Muss ich hier wirklich außen rumlaufen. Könnte ich hier nicht einfach mal geradeaus reingehen? Ah. Okay. Könnte verriegelt sein. Ist auch verriegelt. Und da her. Und da her. Wohin wollen wir denn? So. Und da vielleicht hoch. Keine Möglichkeit. Und jetzt von hier. Ist eigentlich immer noch dasselbe. Und da. Okay. Da guck ich in die Richtung. Na 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 na. So. Na denn. 2, 3. Und der letzte. Stufenaufstieg. Das ist doch mal immer schön. Kann ich gar nicht mehr hier nehmen. Das ist ja. Kriege ich jetzt endlich mal hier. Nee. Immer noch nicht. Toll. Dann. Die Wirkung der Ersichterung ist verstärkt. Bla bla bla. Dann. Vielleicht irgendwas mit einem Schallbetterrank. Muss irgendwo mal ein Schallbetterrank sein. Dann nehmen wir das hier. Die Verbesserung. Siegelt ist nun mit einem Einhörungszünder ausgestattet. Und zündet automatisch, wenn es sich einen Gegner näher hat. Uh. Das ist gut. Äußerst gut. Fragen über Fragen. Wo ist jetzt dieser Blöder? Einger. So. So. Ausweichen. Oh. Komm schon. 2, 3. 2, 4. Sehr schön. Und den letzten. Und immer noch kein Eingang. Das ist doch falsch. Ich will das Ding. So. Und das ist kaputt. Und das ist kaputt. Hm. Was ist los? Ich glaube, so hat man bis jetzt noch nie jemanden ausgeschalten. Einfach mal rumgedreht und den Nacken geschlagen. Rücken. Einen Rücken. Irgendwas. Dreh rum. Okay. Was ist denn das? Okay. Das war nur so zur Sicherheit. Mann, wo ist denn jetzt dieser blöde Eingang? Kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Ich will jetzt diesen blöden Electrocutioner haben. Sag ich. So. So. So, und drei sehen wir schon mal. Den nehmen wir auch noch mit. Wow. Zwo. Drei. Hoppala. Ach komm. Nur ist aber gut hier. Und dann dritten ausweichen. Der kommt weg. Zwo. Drei. Und. Ja, wieso will er das nicht? Und wenn er diesen komischen Umhangschlag macht, wieso? Oh Gott. Nee, ich bin zu weit. Aber egal. Lassen wir uns erstmal dran mit dir. Puh. Er hätte einen Ticken besser laufen können. Wirklich einen Ticken. Aber wir kriegen wenigstens immer Arschviel Erfahrung. Das ist schön. Wie kommt man jetzt da rein? Da auch nicht. Verfolge die elektromagnetische Signatur. Ja, klar. Verfolge schon die ganze Zeit. Aber irgendwie will das nicht. So. 200. Oh Gott. Na komm schon. Ich geh jetzt gerade weg davon. Auch nicht so toll. So. Ganz hoch bitte. Ah. Da ist doch glaube ich was. Nö. 190. 145. So langsam wird's doch. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja direkt, um dieses Hotel da rumzufliegen. Sollte ja funktionieren. Ein bisschen Glück klappt's ja. So. So. 85. Oh. Oh. So. Moment. Vielleicht hat man hier nur nicht alles angeguckt. Aha. Na dann. Schredder Minimal kaputt. So. Wow. So. Und den noch. Und zwei ausschalten. Ja. Komm schon. Den auch noch. Oh nein. So. Komm schon. Wow. Schlag, 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 schlag. Ausweichen. Ach komm hier jetzt. So. Komm schon. Und hoch. Und kaputt schlagen. Wow. Eppala. Das ist doch fast. Ah. Himmel. Immer schön. Zum Wider dieser Kack. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich doch nichts mal kaputt gehen hier. So. Jetzt bist du noch, Daniel. Ja. Tü tü tü. Tü tü tü. Tü tü. Hat doch mal wundervoll geklappt. Ein Ticken besser. Und es wäre sogar schöner gekommen. Was haben wir denn hier? Die brennende Sachen, brennende Autos. Jetzt nichts weiter. Oder das Hotel, in das ich rein musste, war nebenan. Das kann natürlich auch sein. In Neugorfen ist das ja möglich. Der Hotelparkplatz. Klasse. Geradeaus. Und rechts finden wir das erste Collect-Tübel wieder. Machen wir's denn. Auch ein Ticken weiter geradeaus. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Alles. Das ist da. Vielen Dank.